Ja, ich bin der Fabi und der Ursprung, warum ich jetzt hier stehe, war die Idee von mir irgendwie vor den Pressezentralen deutschlandweit konzentriert an einem Tag aufzutreten und unseren Frust loszuwerden und unsere Ohrmacht loszuwerden und unsere Gefühle zu verarbeiten. Also mir geht es so, wenn ich mich irgendwie noch auf Mainstream presse, irgendwas einlasse, ich kriege Hirnkrämpfe, ich ertrage das nicht. Das ist so eine verzerrte Darstellung von allem und ich kann das nur beschreiben, als ich mal wiederkam aus einer Bergkommune und da eine Zeit lang gelebt habe. Ich habe in jeder Überschrift, in jedem Film, in allem, wirklich wie bei diesem Film Sie leben, wo der diese Sonnenbrille hat, habe ich so eine Suggestion erkennen können, spüren können. Und ich dachte mir so, wie gehe ich damit um, anstatt mich selber immer aufzuregen und total sauer zu sein und meine Mitmenschen zu nerven mit Aggressionen darüber und die anzuschreien, jetzt glaub doch, das kann es nicht sein. Und ja, ich wollte einen Aktionstag, einen Flashmob vor den bundesweit, eben vor den Pressestellen, vor der dpa, vielleicht vor der GEZ-Zentrale, was euch einfällt. So, das war die Ursprungsidee. Und ich habe mir gedacht, komm, wenn sonst keiner irgendwas in die Hand nimmt, mach du es einfach, ist doch egal. Wart nicht lange ab, reiß mal die Schnauze auf, sag mal was Großes an. So, glaub an dich, glaub an dich selber, glaub daran, dass du was verändern kannst, wart nicht ab. Das war dann die zweite Entwicklungsstufe dahinter, dass es mir immer mehr darum ging, diesen Gedanken zu transportieren. Leute, ey, ja, wozu warten? Ich meine, wir werden eh nicht ernst genommen, eh ausgelacht, macht es für euch, macht es, weil ihr an euch glaubt. So, wir haben so viele Zweifel auch manchmal noch in uns und die aufzulösen und diese Selbstzweifel aufzulösen. Darum ging es mir dann immer mehr. Und auch zu vermitteln, so wie Basisdemokratie und Selbstverantwortung laufen kann, wie man das organisieren kann. Ich habe nicht viel angeschoben, nur diese Idee. Und wenn Leute gefragt haben, ja, wo soll das denn sein? Dann sage ich, ja, wo möchtest du das machen? Wenn mich Leute fragen, ja, was kann man denn da machen? Dann sage ich, ja, überleg dir, jeder für sich. Das war die ursprüngliche Idee, wo ich einfach mir das so grob vorgestellt habe. Jeder geht da hin, der eine betet, die Nächsten machen eine Tanzvorstellung. Egal, einfach um diese Gefühlelos, als therapeutische Maßnahme. Für sich ist doch egal, die Presse labert eh nur Müll, die berichten nichts Vernünftiges. Nur mal für mich, um diese Scheiße, die in mir drin ist, loszuwerden. Um diese Emotionen, diesen Frust rauszulassen. Egal, ob ich erstmal was damit bewege. Aber es ist mehr draus geworden. Und ich habe, wie ich so bin, immer weitergedacht. Und es ist in Frage gestellt und mich neu definiert. Und das erwarte ich auch von unserer Bewegung. Dass wir uns stets neu definieren, dass wir immer noch ein Upgrade machen. Immer wieder uns upgraden, weiterentwickeln, in Bewegung bleiben. Nicht stehen bleiben, nicht verstehen immer nur. Sondern leben, rausgehen, begeistert sind. Emotionen, einfach Mann. Rauskommen aus sich selbst, aus dem, was Herr Lenz beschreibt. Diese Indoktrination, diese Angst. Man hat echt Angst, der Grashalm zu sein, der über... Man kennt den deutschen Rasen, der ist rasiert. Und wenn da nur ein Blümchen rausguckt, dann ist schon Alarm angesagt. Das muss weg, das geht nicht. Und ich möchte so ein Blümchen sein. Und ich möchte meinen Garten so behalten. Weil da sind 100 Schmetterlinge. Ein ganzes Bienenvolk lebt da. Nur davon, dass ich nichts weggemäht habe. Da ist wieder Leben, das Naturschutzgebiet. Und wisst ihr, ich habe das transformiert. Ich möchte, dass der dritte, zehnte, dass der ein Tag wird. Ein Tag wird, der unter dem Motto berührt die Seele, berührt eure Seele, berührt die anderen Menschen, berührt sie in ihrem Gewissen, in ihrer Menschlichkeit. Geht hin, fragt, Mensch, erträgst du das eigentlich selber noch, was du da mitmachen musst? Erträgst du deinen Alltag? Erträgst du deine Arbeit? Wirklich? Ist das wirklich so geil? Diese 8-Stunden-Schicht und danach die Schnauze voll haben und sich da hinsetzen und nicht mehr können und nichts mehr wollen? Nein, ist das dein Herzenswunsch? Und ich sage, wenn wir mit dieser Bewegung weiterkommen wollen, wenn wir was erreichen wollen, dann müssen wir sie nicht immer nur im Kopf zulabern, bis sie nicht mehr können und nichts mehr hören wollen und immer nur verstehen wollen. Verstehen, stehen heißt das. Wir müssen leben, wir müssen sie berühren im Herzen, wir müssen wach sein, wir müssen an uns glauben, an unsere Lebendigkeit, an unsere Kraft, an unsere Macht, die in uns schlummert. In jedem von euch, wartet nicht darauf. Wirklich. Es gibt keinen Grund, warum ihr noch Angst haben sollt. Die Armenangst, die Menschen, die nicht hier sind, die haben noch viel mehr Angst, als wir, die Klappe aufzumachen. Ich kenne, warum, wie fing das an? Wie bin ich alternativ geworden? Ich habe gesehen, wie der eine über den anderen lästert, dann kommt der nächste, dann lästern die wieder über den, dann kommt der nächste und der ist eine weg, dann lästern sie wieder über den. Und dann habe ich gesagt, ey, verarschen kann ich mich alleine. In diesem System, in dieser Welt, da war ich nur ziemlich jung, ja. Lass mich neun sehen. Wieso sollte ich da mitspielen? Ja, was bringt mir das? Ich stehe jetzt einfach zu mir selber, ich bin jetzt einfach ich selber. Weil die machen sich eh alle nur was vor. Das hat keinen Wert, gar nichts heißt das. Und ich glaube, ich glaube, wirklich, wir können das schaffen. Mein Vorschlag jetzt wirklich, der neue Vorschlag ist, nicht auf den Finger zeigen, da vor die Presse. Nein, berührt sie, sprecht sie an, appelliert an ihr Herz, fasst euch an euer Herz, vielleicht auch nur für eurer selber. Schreibt mal ein Gedicht nieder. Wie geht es mir wirklich? Was habe ich in mir vergraben? Da ist eine Seele, da ist mehr. Mehr als euer Verstand, mehr als ihr euch begrenzt, mehr als ihr euch gefallen lasst von den ganzen Menschen. Mehr als ihr je dachtet, dass ihr sein könntet. Wirklich viel mehr. Da ist Power ohne Ende. Wenn ihr es zulasst und wenn ihr das zulasst und da ist ein Gedanke vorgeschoben, na dann bin ich ja Ego. Ich bin nicht hier aus meinem Ego. Ich bin nicht hier, weil ihr mich anguckt. Ich bin hier, weil ich die Welt retten will und daran glaube, dass ich es kann, Mann. Weil ich es kann und ihr auch. Deswegen bin ich hier, weil ich mein Leben lang dafür gestanden habe, dass diese Welt besser sein kann. Weil ich tief in meiner Seele Systeme, Planeten, Welten erlebt habe, wo es schön ist, wo es kein Geld gibt, wo es keine Regierung gibt, wo es keine Staaten braucht. Das sollte unser Ziel sein. Wirklich ein Licht am Horizont, am Ende dieses Tunnels muss eine echte Vision, eine echte Utopie stehen. Ein wirklicher Glauben, eine völlige Neudefinierung der Menschheit, eine völlige Neudefinierung, was Menschen sein können, warum sie so sind. Schluss mit der Erbssünde, Schluss mit dem Schwachsinn, dass mein kleines Baby auf die Welt kommt und schon von vornherein nur Scheiße im Kopf hat. Das ist Blödsinn. Wir sind wegen diesem System so geworden. Und wenn dieses System nicht mehr existiert, wenn wir wirklich etwas geschaffen haben ohne Geld, was in Vertrauen funktioniert, nicht Kontrolle, Vertrauen. Wenn die Gesellschaft auf das Individuum zugang, du bist wundervoll, ich glaube an dich, du kannst bestimmt was sehr Tolles, du wirst irgendeinen wichtigen Beitrag für die Menschen haben. Irgendwas wirst du schon können. Das wollen wir rausfinden, wir helfen dir das rauszufinden und wir geben dir alle Macht, das zu entwickeln. Was meint ihr, was für Talente, was für Fähigkeiten in uns schlummern und warum die unterdrückt werden? Warum werden sie unterdrückt? Und ich richte mich jetzt hier nochmal persönlich an die Leute, die schon aktiv geworden sind. Definiert euch jeden Tag neu. Seid die Affirmationen. Ja, wir sind die Bewegung, die die Welt retten können. Warum sollten wir weiter unter anfangen? Warum? Wozu sollten wir uns Angst machen? Warum sollten wir ständig zweifeln, dass es Größenwahn? Nein, die Leute, die uns regieren, die erliegen den Größenwahn, weil die denken, sie könnten alleine für uns, weil sie klüger sind, alles entscheiden und beherrschen und uns leiten im Wohl und uns reduzieren oder sonst was, damit wir uns nicht so wehtun gegenseitig. Blödsinn, die letzte Vision und die letzte Utopie, die nur funktionieren kann ist, dass jeder, jeder einen Kontakt zu seinem Herzen, zu seiner Liebe, zu seiner Seele schafft. Und dann braucht er keine Souveränität außerhalb von irgendwen, keinem Staat, gar nichts. Er braucht nur seinen Glauben an seine Liebe und das wirklich ernst zu nehmen und da heranzuwachsen. Wir können Fehler machen. Ich bin auch manchmal aggro. Ich bin auch manchmal nicht in Liebe, aber ich fange jeden Tag neu an, Mann. Ich bleibe nicht stehen bei meiner Meinung und wenn ich schon dachte, ich weiß schon so viel und ich habe so viel Verschwörungsmiss gesehen und so viel Lügen, es gibt noch viel mehr. Es geht so tief. Ich war raus, ich habe in der Natur, ich habe eins gelebt, in den Bergen, im letzten, da gab es kein Handy, kein Portemonnaie, gar nichts. Das war Realität und davon ist das hier alles so weit entfernt, dass es nur noch künstlicher Müll, uralter Müll, den wir uns reinpressen lassen. Und jeder, der noch glaubt, wirklich Nation, Religion, irgendwas, irgendwelche äußeren Instanzen sind eine Lösung, sind sie, können sie nie sein. Die wirkliche, endgültige Ziel und Lösung und Utopie kann nur sein, Vertrauen darin, in die Anarchie sag ich jetzt mal, ich bin purer Anarchist, kann nur sein, darin zu vertrauen, dass jeder Mensch mit einem guten Willen hierher kommt. Und wenn er das nicht unbedingt kommt, dann wäre genug da sein, ihm das auch noch zu zeigen, dass das mehr Sinn macht. Vertraut auch, und ich verstehe es nicht, wie kann man nicht an Anarchie glauben? Das kann man doch nur, wenn man sich selber, wenn man nicht an sich selber glaubt, wenn man selber denkt, ich mache ja manchmal Mist und ich werde das auch immer machen. Ich bin manchmal egoistisch und werde auch immer egoistisch sein, also müssen das auch alle anderen sein, also ist das Gott gegeben. So ein Blödsinn, wirklich, Leute, das sollt ihr glauben. Das ist aber nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass jeder eine völlig neue Vision, eine völlig neue Art zu leben, von sich über sich selbst zu denken, mit anderen umzugehen, schaffen kann. So, ich will nicht weiter ausholen, die Botschaft ist klar, kommt zusammen am Tag der Einheit und seid eins, eins mit eurer Seele, mit eurem Geist und eurem Körper. Seid da und berührt das Tiefe darin, was in euch schlummert, an Träumen, an Wünschen, an Vision, an der Seele. Wenn ihr das nicht hättet, diese Seele, wenn ihr diese Urgefühle nicht in euch hättet, wärt ihr nicht hier. Dann würdet ihr nichts verändern wollen, weil wir sind nur ein lächerlicher, kleiner Haufen, der mit viel, viel, viel Hoffnung und viel, viel Liebe und viel, viel guten Willen hier steht. Werdet konsequent darin. Glaubt an exponentielles Wachstum. Das gibt es nicht nur in der Schuldenwirtschaft, das gibt es auch im Erwachen. Und ich sage nicht, wir sind erwacht, nicht die sind nicht erwacht, nicht die sind Zombies, ich sage, die Menschheit erwacht jetzt. Sie wird wach überall und wir haben noch lange geschlafen, es gab schon viele große Demonstrationen, viele große Aufstände auf der Welt, wo Menschen wach geworden sind. Und das ist nicht aufzuhalten, weil wir einfach endgültig die Schnauze voll haben von dem ganzen alten Müll. Ich will keinen neuen Krieg, gar nichts, das brauchen wir nicht. Fangt jetzt an, euch selber diese Welt neu zu definieren und macht den dritten Zehnten zum Tag der Einheit. Zum Tag nicht der Einheit von Deutschland, sondern von der Einheit von östlicher und westlicher Denkweise, von einem hohen Verstand. Ein sehr gutes analytisches, kritisches Verständnis, aber auch von der Seele, von den Gefühlen, von den Wissenschaften der östlichen Tradition. Wie Ost und West damals zusammengekommen ist, soll das endgültig die Zusammenkunft sein. Und das ist auch diese Bewegung und deswegen ist es die Bewegung, weil sie beides zusammenfasst. Das innere Wachstum, die innere Kraft und das äußere Wirken. Lasst das ein Tag sein, an dem ihr eure Seele berührt. An dem ihr einfach mal ganz tief in euch reingeht und daran glaubt, was ihr wirklich glauben wollt. Daran glaubt, was ihr wirklich sein könnt. Oder erinnert die anderen Menschen, dass sie sich was vormachen. Berührt sie, fragt sie, wie geht es dir wirklich? Sag mal, wie geht es dir? Nicht keine Ausreden, gar nichts. Wirklich. Und alles andere sind nur Ausreden. Einfach nur, ich kann ja nicht, weil das sind nur Ausreden. Ihr könnt so wundervoll sein, ihr könnt souverän sein, ihr könnt mächtig sein, ihr könnt liebevoll sein. Jeden Tag aufs Neue. Ihr könnt euch jeden Tag noch wundervoller, noch liebevoller gestalten. Macht es einfach, glaubt daran. Alles andere sind dumme, blöde Ausreden, die sie euch beigebracht haben. Tschüss damit. So, also nochmal, dritte, zehnte Tag der Einheit. Tag der Einheit von der linken Gehirnhälfte und der rechten Gehirnhälfte. Vom Hörn, Herz, Verstand, Liebe von allem. Tag der Einheit von allen Menschen in Deutschland. Tag der Einheit von allen Menschen auf der Welt. Bringt es zusammen, bringt es auf einen Punkt. Glaubt an eine Vision, die über alle Visionen steht, die besser und höher und liebevoller und nachhaltiger ist, als jede Vision bisher war. Jede Utopie, die je erstellt wurde. Wir können das jetzt schaffen. Worauf warten wir noch? Jetzt geht's los, Leute. Ich hab euch lieb. Danke fürs Zuhören. Es geht voran. Keine Angst. Ja, ich hab mich grad nochmal, also ganz viele sprechen mir in dieser Bewegung aus dem Herzen. Genauso wie er. Und er ist jetzt nochmal dran. Es geht auch nach Brüssel. Geht dahin mit viel Kraft und glauben daran, dass wir denen richtig Angst machen können. Weil die haben viel mehr Angst als wir vor ihnen. Und deswegen brauchen sie die ganzen Lügen, Kontrolle, Gehirnwäsche, die hier läuft, weil sie so eine verdammte Paranoia haben, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir sind die 99 Prozent Leute, die da oben machen kriegen, nicht wir. Und wir können dieses eine Prozent sogar auch noch integrieren und auch noch heilen. Ja.